das ist hier dieses dieses ding von der anderen welt nicht gibt wie heißt der teil meint pecke punch oder was ja und da kann man sich nämlich sparen und hat 5000 punkte dafür sind die waffen 100 mal besser im pecke punch als wenn die hose holt hier und aber hier zufalls prinzip glücksspiel macht süchtig das solltest du nicht laut sagen hast du auch vor allem nicht borderlands gespielt da gibt es ja diese glücksspielautomaten wo du waffen holen kannst und diese springer hier macht die machen wir ganz schön an da ja ich komme schon heute noch im gucken ob ich hier nicht übersehen hat dass ich mir irgendwie reinschieben kann so als doping dann hat der kopf einer hat den ab den nächsten auch ja du kriegst alles ist in ordnung ich möchte nicht was mein riko schätzen was passiert du bist so süß woher kommen da unten viele hier ich mache scharf schütze so süß woher kommen da unten so süß woher kommen wir hier so süß woher kommen wir zum nächsten Mal so ist es hier so süß woher kommen wir Ich bin mal eben kurz oben. Ja, ich bin die ganze Zeit schon oben. Hey! Ich schlag mit meinen Fäusten, nur mit Messer. Wow! Hahaha, Junge! Executioner, Junge. Junge, 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 Junge. Executioner, Strahlenkanone, beste Combo ever. Ich glaube, ich lade doch erst diese Runde hoch, weil die ist irgendwie geiler als die gerade. Ach doch. Auch wenn ich hier nur am chillen bin. Wow, da kam mir gerade so... Boah, ist der Executioner übertrieben. Weil mich habe ich auch schnell nachladen, die Tommys kann nichts machen. Oh, komm, Glücksspiel macht süchtig. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ja, komm. Komm, hm. Ich will mich auch mal eben hoch. Ja, außerdem, wofür soll es das sonst ausgeben hier? Ja, richtig. Ich chill hier die ganze Zeit. Mit Glück sind da jetzt Granaten drin oder so? Ne, FAL. Oh, Ulf! Hahaha, da kommt noch einer. Komm, 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 ich schau'n. Ich gehe wieder unten hin. Boom. Oh, okay. Okay, okay. Boom, 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 baby, boom, 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 boom. Die Executioner ist übertrieben, übrigens. Ich, äh, kann dieser Kiste einfach nicht widerstehen. Schauen wir gleich eben noch Quick-Revive aus Langeweile. Ja, komm, hier. Ballistikmesser. Oh! Holy Scheiße. Holy Scheiße. Affe! Affe! Ich habe gewonnen. Holy shitty Scheiße, oh, da. Bop! Ich habe den Affen. Bop! Das ist eigentlich Ballistikmesser. Stimmt. Da ist jetzt auch die Doppel... Ne, ich war halt die Executioner, oder? Da brauchst du gar nicht mal so viel Messer mit mehr damit, ne? Oh, Runde 11, Alter, die sind so gut. Hey, das ist so krass. Okay, ich habe jetzt alle Drogen, die man hier in diesem Spiel sich einpflanzen kann, genommen. Ja. Bin ich ein Bett? Uh, uuuh. Oh, ich fühle mich richtig schlecht, wenn wir uns mal die Statistiken angucken. Ich bin ja voll der Noob. Oh, ich habe fast doppelt so viel. Ich habe doppelt so viel. Ja, doppelt so viel. Doch, ich brauche Nachhilfe in Mathe. Nicht nur ein Mathe, Ulf. Komm, ich werde es einfach... Hier. Okay, Ulf. Ich werde jetzt noch einmal eine neue Wummel raussuchen, wenn das was Geiles ist, dann rush ich jetzt auch richtig rum. Wow, da war gerade einer zu dir hin. Ja, komm, die Galil, die gefällt mir. Die Galil ist gut. Galil? Das gibt es doch gar nicht mehr, oder? Eigentlich nicht, aber bei Zombie wurde es schon. Da hast du extra hier reingenommen, gib zu. Ja, aber die kann nur ich kriegen, du kannst die nicht kriegen. Ja, war mir klar. Da leg mal Peacemaker und Zombie-Modus hier. Die Scheißwaffe, Alter. Ubertrieben, die Homo-Waffe, die 1000. Exekutioner ist so göttlich. Oh, hier ist geile Mucki, ich hoffe, hier bleibe ich. Yeah, yeah, yeah. Kann ja auch schon rumraten. Okay, Spaß beiseite hier. Dann gehst du doch lieber wieder ins Haus. Ja. Ey, hier, hier. Bam! Ja, ich brauche nur einen Schuss für zwei Typen. Oh! Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Oh, ist klar, hm? Übrigens, ich würde mich mit Cola holen, damit lädst du übelst schnell nach. Ich brauche keine Cola. Ich will da Cola Zero. Willst du ein Bier, ne? Ja. Ja, 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 ja. Oh. Was ist los mit dem? Auf einmal waren deine Köpfe weg. Ich habe irgendwie den Kopf verloren. Ja. Ich will, ich will irgendwie eine MG, Alter. Nein, das will ich nicht. Was hast du gekriegt? Irgend so eine Pistole. Akimbo. Oh, hau ab, Alter. Oh, was wollte ich von mir? Ich habe denen doch gar nichts getan. Oh, da kommt der nächste. Boom. Bogen die gerade bei dir hoch oder was? Ja, die kommt von überall. Aus allen Löchern kommen die gekrochen. Das ist mein Aul. Ja, die haben wir beide abgezogen. Geschossen. Langsam, aber sicher, brauchen wir mal wieder Munition. Oh, korrekt. Kriegsmaschine. Kriegsmaschine. Hehe. Okay, damit kannst du gut runterbonzen, ne? Das mal wirklich. Oh, ich hätte hier das Ding reparieren sollen. Damit die nicht so schnell hier ankommen. Kommen die da gerade alle bei dir an, oder was? Naja, aber dann habe ich ein bisschen Zeit hier zu reagieren. Hier, Junge. Haha, das hat er echt gekillt. Wow. Wow, da macht mir nichts Bock hier mit den Granaten rum zu sprayen. Ich war gerade kurz in Bedrohle. Haben gerade eine gute Menge. Ja, wenn man sich mal die Kills anguckt, Ulf, du machst das. Doppelte Punkte. Wie gesagt, wie das gerade irgendwie sarkastisch angehört, das bringt mir nicht viel, Junge. Ich brauche meine Muni. Oh Gott, das war richtig knapp. Hau ab. Lassen weg den letzten Samjan lebt. Ja, göttlich. Das kam. Nötig. Wir verschaffen auf Level 15. Wir verschaffen Welle 15. Welle 15. Das ist der letzte. Ich glaube, er auch nicht. Oh, der kommt angerannt. Ich renne weg. Sollte ihn da überleben lassen, oder? Nö. Also ich brauche nichts. Brauchst du was? Nö, oder nicht. Hä? Ich gehe, ich muss wieder da hoch. Das ist, äh, safety first. Guck dir meine Punkte gerade an. Übertrieben. Na, Junge, du holst auf. Wow, nimm die, nimm die. Die peifen, Junge. Oh, die geht ab. Die killt noch ziemlich schnell. Also die killt noch ziemlich schnell. Zwei Schuss. So, ich hasse die, die hier hochgesprungen kommen, Alter. Kann ja nicht meiner das Hage-Bau-Bahn, das Gitter reparieren. Nee. Bin ich auf einer Farm. Ich kenne keinen Hage. Yo, instacill. Ach, instacill. Hallo. Zombies. Zombos, Zombies, Zombas. Zombies. Warte mal, Schreiner. Wusterbeck, ich bin down. Oh Gott, Ulf. Meist du, das war so... So klug. Ja, komm, komm. Bin runter. Okay, okay, ich komme. Oh, da kam das Quick-Rewalt. Nein! Eigentlich ging das gar nicht, weil ich Quick-Rewalt kopf. Oh, ey, 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 ey. Eids, 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 Eids. Und, 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 Trepper. Oh Gott, Eids. Ich hab dich gedischt. Ich bin doppelte, fast doppelte Volltreffer und mehr als doppelte Abschlüsse.